Lol, Leute, neue legendäre Aufgaben. Ihr habt bestimmt jetzt schon so einige erledigt, wie den Detektor aufzusammeln oder Bio-Scanner aufzustellen. Jetzt müssen wir Spionagesonden aufbauen. Noch für das Live-Event ein paar Aufgaben abhaken, Level 200 erreichen für alle Sterne. Falls ihr es nicht gemacht habt, ob ihr allgemein einfach alle Aufgaben fertig machen wollt, egal ob ihr Level 200 seid. Wir suchen jetzt die Spionagensonden. Eines davon finden wir an dieser Stelle hier. Das ist ziemlich südlich von Holy Hatches, links von dem Lockjam-Gebäude geht diese kurvige Straße. Und bevor diese Straße schon hochgeht, auf diesem kleinen Berg, findet ihr dann die erste Spionagesonde, die ihr platzieren könnt. Und was ihr noch platzieren könnt? Abo-Button und Glocke, Leute. Wir gehen auf die 100.000 Abonnenten. Fehlen jetzt nur noch und läppische 10.000, die knacken wir auch. Dann gibt es endlich den silbernen Button und werden natürlich auch noch andere Spiele hier rauskommen. Dann freue ich mich genauso. Danach fliegen wir mal ein bisschen in die Mitte der Karte. Und zwar bei der Radarstation von Rick. Bei der Radarstation direkt rechts neben diesem Berg. Da ist die Radarstation. Geht ihr diesen Berg hier hoch und an der Spitze findet ihr auch das nächste Spionagegerät, was ihr euch einsammeln könnt. Da haben wir auch schon zwei abgehakt. Ein weiteres Spionagegerät bei Misty Meadows, ganz südlich bei der Karte. Dort geht ihr nach Westen, also nach links, zwischen der Gasstation und Misty Meadows auf diesem Berg, wo auch damals Black Panther war, finden wir auf diesem Berg hier dann das nächste Spionagegerät. An genau dieser Stelle könnt ihr das Ding nochmal einsammeln. Und sollte irgendwas verpackt sein, genau von dieser Stelle aus könnt ihr hoch zur Apres-Ski-Hütte, nochmal südlich von der alten Stelle, südlich von Misty Meadows. Und dann auf dem Berg neben der Apres-Ski-Hütte findet ihr auch nochmal ein Spionagegerät. Jetzt noch schnell ein Like-Button, wenn ich euch noch ein bisschen helfen konnte. Ich hoffe, ich kann euch helfen, Leute. Dann schließen wir diese Aufgaben gemeinsam ab. Wir sehen uns heute um 20 Uhr im Livestream und warten auf Ariana Grande. Die kommt jetzt in den Shop rein in der Nacht. Wir machen einen Nachtstream. Ich freue mich natürlich, wenn ihr auch dabei seid und gebt mir Flosse. Ciao! Ciao!